Die Geschichte vom Zappel-Philipp Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das mißfällt mir sehr! Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie's dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er. Schreit, doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not! Und die Mutter blickt stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt, und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei, und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Beide sind nicht, wenn dir die sehre sind.